Hallo Manuel, das ist mein Name. Ja, dich kenne ich doch, willkommen zurück. Er ist wieder da und plant Großes. Also von meinem diesjährigen Auftritt 2020 habe ich mich unter anderem auch nach meiner Arbeit direkt mit beschäftigt. Wie kann ich das am besten angehen? Wir sind gespannt. Ich habe mit System gearbeitet. Drei Monate habe ich für geübt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in diesem Jahr mit diesem Kraftakt eine Runde weiterkommen werde. Vielleicht auch der goldene Buzzer. Auch wenn Dieter sagt, du hast kein Talent, das interessiert überhaupt nicht. Ich brauche eigentlich nur drei Meier und dann bin ich eine Runde weiter. Never. Dieses Lampenfieber, ich brauche das anscheinend. Ich bin da immer so total aufgeregt, aber das haben wohl Stars an sich. Na dann, viel Glück. Leute, ich bin aufgeregt. Darf ich? Guten Abend. Achso, hier ist der Stern. Ich kenne dich, du warst schon mal hier. Richtig, genau. Ganz oft. Das sechste Mal jetzt in Folge. Das ist gut, du bist der Menderes vom Supertalent. Auch wenn ich dich kenne, auch wenn du mich nicht richtig terschniff. Ha, 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 ha. Huah. Ha, ha. Ha, ha, ha. also ich habe mir in diesem jahr was ganz individuelles ausgedacht man sieht es schon hier hier stehen ungefähr es sind genau 150 dosen leere dosen und ich werde es schaffen innerhalb von 60 sekunden okay 60 sekunden plus eine sekunde all diese dosen eben schneller ich glaube mit meinem rechten fuß zu vernichten also ich sage dazu selber ich bin eine mobile dosen stampfmaschine dann stampf sie wieder ich fange einfach mal an okay wir müssen noch die stoppuhr okay ab der ersten dose werden wir die zeit stoppen sollen wir bei bei 61 sekunden nicht wegbuzzern weil es dann nicht geschafft hast machen wir genauso ganz viel spaß vielen dank 23 ja halt noch auf zumal ja 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 weiter geht ja 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 Dreh! Aufdreh! Ja! Wie kann man so konsequent vorbeitreten? Das ist doch gar nicht. Das trägt an, Leute! Also, dein Chaos auch neun! Ah! Drei, zwei, eins! Okay. Scheiße. Da hast du völlig recht. Moment mal. Du hast ja noch nicht mal richtig Mühe gegeben, dazwischen zu stehen und den zu machen. Davon gehen die Dosen ja nicht kaputt. Ich bin etwas kaputt, muss ich sagen. Sorry. Tut mir leid. Wie fandst du das? Ja, das ist doch klar. Man braucht das nicht. Ja. Komm, ich geh auch weg hier. Bruce, Bruce, Bruce! Meine Damen und Herren, Bruce Eisenfuß Darnell. Oh, ich will auch mal. Wow, Bruce, der war gut. Eveline. Ja, okay. Ich brauche ihn. Wuhuuu! Darfst du noch? Ey, ist gelbend. Ja, was? Darfst du helfen? Okay. Das sind die High Heels. Das ist wirklich so. Das geht nicht. Mit Hohlen Schuhen ist es schwieriger. Das ist wirklich so. Ja. Prost! 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 Prost, was meinst du? Prost! 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 Der ist noch gekämpft, das hast du noch nicht mal. Ich bin in etwas erschöpft, muss ich sagen. Du hast eine gute Sportart. Ich möchte dir mal eine Sache sagen. Jedes Jahr, wo du hier bist, ich kenne dich auch, und inklusive heute, tust du dir selber keinen Gefallen. Es kann schon sein, dass ich nicht alle Latten am Zaun hab. Weißt du was? Das geht nicht, überhaupt nicht. Ich liebe es, hier zu sein. Bis nächstes Jahr. Ich danke euch noch mal. Wieder alles im Einen. Wieder alles im Einen.